Hallo Leute, ja, heute geht es weiter mit der sechsten Etappe des kleinen Chile-Rundfluges. Vom Lago Quetro nördlich etwa 100 Kilometer Richtung Cerro Puno. Und ab gleich geht es dann auch wieder gerafft weiter mit der vielfachen Geschwindigkeit, ansonsten müsstet ihr eine Stunde sitzen. Jo, bis dahin. Tschö. Vom Lago Quetro Vielen Dank. 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 Vielen Dank.